Hallo, hier ist wieder die Fee und der Fabi von Happy Hippocampus und wir haben was ganz Besonderes für dich. Du kommst jetzt vielleicht ins erste Semester, dann bleib auf jeden Fall dran. Du kennst es vielleicht auch, du weißt nicht, wie du die ganze Stofffülle und den ganzen Lernstoff bewältigen sollst. Du weißt vielleicht nicht, welche Bücher du brauchst, wie du das alles organisatorisch stemmen sollst. Dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Wir werden nämlich für dich zum zweiten Mal schon die Original Online Erstsemestertage speziell für Medizinstudenten organisieren. Letztes Mal waren schon über 1000 Medizinstudenten dabei und das Ganze findet am 22. und 23. Oktober abends um 18 bis ca. 20 Uhr live hier auf YouTube und auf unserem Instagram-Kanal statt. Und ja, was erwartet dich da jetzt? Wir werden dir unsere Tipps und Hacks und Tricks an die Hand geben, die du jetzt zu Beginn deines Medizinstudiums brauchst. Wir werden dir sagen, was du jetzt beachten musst am Anfang deines Medizinstudiums. Wir werden dir unsere Erfahrungen mitgeben aus unserem eigenen Medizinstudium. Wir haben beide Medizin studiert. Wir werden dir sagen, welche Bücher du brauchst. Und wir werden dir natürlich auch Tipps geben, wie du diese ganzen Mengen an Lernstoff bewältigen kannst. Und Fabian ist ja auch amtierender zweifacher Gedächtnis-Weltrekordhalter. Genau. Wir sehen uns wirklich als Lernexperten auf dem Gebiet, wenn es darum geht, medizinische Inhalte möglichst effektiv quasi in unser Hirn zu bekommen. Wir haben mittlerweile zusammen über 20 Jahre Erfahrung mit diesen Lerntechniken. Und genau diese ganze Erfahrung möchten wir dir mit auf den Weg geben in deinem Studium und wirklich auch dein Lernen optimieren. Genau. Also merk dir den 22. und 23. Oktober vor. Um 18 Uhr schreibst du jetzt in deinen Kalender. Das Geniale ist, du wirst auch die Gelegenheit haben, bei diesem Live-Event, bei diesen Erst-die-Tagen uns deine individuellen Fragen zu stellen. Und wir werden darauf eingehen. Und was es auch wieder geben wird, die legendäre Online-Erstsemestertüte mit ganz vielen wertvollen Inhalten. Die wird es dann am Ende vom Event geben. Und ja, sei dabei. Trag dich auch gleich hier unten ein in unseren Telegram-Verteiler. Da werden wir dir auch nochmal alle wichtigen Infos zukommen lassen. Und du verpasst auf jeden Fall nichts. Genau. Und wenn du jetzt im Vorfeld schon Fragen hast, schreib das uns gerne in die Telegram-Gruppe. Es ist alles 100% kostenlos. Es gibt keinen Hacken. Und wenn du die Idee super findest oder spannend findest, dann teile es gerne mit anderen Kommilitonen und Studenten oder poste es gerne in die erste Gruppe, in denen du bist. Und ja, wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und ja, bis dahin. Dann sehen wir uns am 22. und 23. 10. Mach's gut. Ciao. Ciao.